Core Sensing wurde 2019 als Spin-Off von der TU Darmstadt gegründet und wir sind vor allem im Maschinenbau unterwegs. Wir beschäftigen uns mit Kraft- und Drehmomentsensoren und zwar sowohl von der Hardware- als auch von Software-Seite aus. Mit unseren integrierbaren Sensoren bringen wir Maschinen das Fühlen bei. Wir sind ein Hessen-Champion, denn das was wir machen und die Ecke, in der wir unterwegs sind, das gibt es in der Kombination nirgends in Hessen, aber auch nirgends sonst in Deutschland. Unser Unternehmen ist in verschiedener Hinsicht innovativ. Auf Ebene des Produktes haben wir einen Kraft- und Drehmomentsensor entwickelt, der sich so tief in Bauteile integrieren lässt, wie bisher noch nicht möglich. Und damit können wir an Stellen messen, an denen man bisher nur schätzen konnte. Innovativ ist auch unser Geschäftsmodell, denn wir agieren als Enabler für den mittelständischen Maschinenbau und ermöglichen unseren Kunden und Partnern neue Produkte und digitale Services anzubieten. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.